licht bitte danke da steht schon wieder die warum auch noch ab der hundert sekunden noch wie gemein immer dieses hetzen da und sehr gut hat aber ein credits sehr gut achtung zerbrechliche ausrüstung voll dumm ich meine lautsprinzip auch getan oder ja was ist denn los oder zieht komisch aus boah diese krabbelaktion immer ne zumindest gut animiert der unautorisierte zugriff auf den hauptrechner ist eine verletzung des bürgerrechts der titan station ersetzen sie alle steuerungen und treten sie von sicherheitskasten zurück nein geht weg hatte ich sammle die mal ein und mach dann so und autorisierte besucher hauptrechner ich nehme alles raus an der watte naja ich nehme die da raus und steckt hier rein ein zwei auch noch ein puzzle ja wtf und der kommt schon mal da oben rein das ist soweit schon mal klar ach so hier ist das sogar aufgemalt aber wo ist der letzte unautorisierte besucher hauptrechner da sehr gut na komm melde dich wieder bei mir oh es hätte doch wenigstens machen können dass ich dann da wieder durch kann oder ne muss ich nochmal hier durchkrabbeln macht ja nix verstehe ich nicht umleiten ah noch mehr ähm krabbelkacke jetzt kann ich nochmal in den raum rein aber dann gehen bestimmt die ähm türen auf hoffe ich zumindest na ja unautorisierte besucher hauptrechner ah so dann boah daneben sehr gut weg lebt er noch wie krass sie immer ankommen ich probiere das einfach aus kein bock mir das schema da anzugucken und ganz ehrlich das geht viel viel schneller weil ich mir besser merken kann äh gar nicht merken kann blau grün jetzt meldet er sich bestimmt sicherheit des hauptrechners beeinträchtigt sicherheit wurde informiert sicherheit wurde informiert aber das vier eck dieses diese fünf nein so hallo hallo nein sehr 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 gut umleiten geht doch also ich frage mich jetzt gerade wo ich dann rauskomme da müsste ich eine weiter hinten rauskommt also links demnach aber aber da war doch gerade gar nichts so eine notfallroutine oh häh peng wo aus sind das geheimen raum ne vielleicht ja doch kann nur bei den sachen die hier drin sind halbleiter ruby in der zehntausend wert halbleiter ruby in der zehntausend wert mist alles voll wart im inventar mhm könnte medipack nehmen hallo oh oh yeah baby da ist ja doch tatsächlich noch ein geheimen raum aber was für einer wtf und durch äh was soll ich tun ach ja ich kann ja einfach wieder raus aber sehr nice dass das da drauf angemalt ist da ein ausgang da und da blödes durchkommt da jetzt raus und da ist dreck ein gegner vor aber soll mich nicht stören wir direkt platt gemacht hoffe ich komm her komm her oh oh fuck falsche taste und nein er rennt er rennt er rennt zu nah dran oder auf jeden fall das war verschwendung hoch 10 das war so ein bisschen wtf extrem anfällig bitte treten sie zurück oh extrem anfällig gibt es da ein code ja was soll ich hier machen keine ahnung oder soll ich die zerstören macht doch keinen sinn oder vielleicht macht es ja doch sinn kommt immer ein neuer gehe ich noch vom himmel ne keine straße mehr jetzt ist er aufgeladen soll ok noch fünf schuss oh oh wie Plasmaenergie voll ich könnte doch direkt nachladen jetzt ist alles aus automatisierte Funktionen offline ah aus ausschaltungen offline station wird aus manuell manuell bedienung zurückgesetzt ah jetzt habe ich es verstanden jetzt kann ich das alles selber steuern aufgabe erfüllt nochmal eben nachladen komm mach tsch boah ich bin unterwegs zu den reflektoren ich muss sie manuell ausrichten kalt und dunkel aus sehen sie doch selbst achso nein nein nicht wieder die Nadel sie müssen mich rauslassen ich kann nicht alles belasten was ist los elli hör mal aus wow was war das denn woher kommen die denn jetzt ist aber schön dass die brennen oh das war dumm ich hebe hier viel zu viel auf ähm ich bin genau vor dem ding das eine blöde position das anzugreifen weil da krieg ich die ganze ladung ab krieg krieg die ganze ladung in mein face so siehts aus komm da da presst du sie einen raus ah da ist noch einer ok komm noch einen komm ein noch ok geht oh wie ist das denn immer so dunkel und dann so hell und wieder dunkel bah könnte umzugshelfer werden mit dem ding hier sehr geil warum geht das denn nicht kaputt oh komm her komm her das ist halt auch noch voll lauf weg lauf weg isaac aua oh ne oh doch na boah muni wird langsam knapp aber sowas von ah guck mal guck mal munition munition schon haben wir wieder einen mehr bam genau finger da wieder rum in die elektrik in die elektrik 1 2 und 3 da gehen wir gleich lang na dachte ich es mir komm der kopf ist weg komm der kopf ist weg hahaha ok energieknoten aber eigentlich ist das blöd weil ich bin voll halbleiter gold ein textlock aufheben howard phillips sie hasse mich sie hasse mich alle ich kann sie alle sehen sie sind jetzt überall hocken da beobachten mich ok er wird verrückt ja jetzt ist die frage was nehme ich mit ich könnte wetten ne energie habe ich voll och man muss jetzt echt mal eben aussortieren und zwar inventar auf jetzt ist die frage äh wollen ich mich verarschen boah medipack groß entfernen dann entfernen wir noch die hier und ah ja die hapundinger zwei schuss ist was für ein arsch strahlen muni sehr gut dann laden wir nochmal ihm nach und vielleicht können wir dann hier wieder was aufnehmen nachladen auch nachgeladen ne warte ist doch noch gar nicht nachgeladen oder doch fünf schuss alles klar so gut bevor wir jetzt in richtung solaranlage gehen speicher ich hier mal und macht dann mal einen schönen cut und dann schalten wir gleich mal den Strohmann für unten und gehen dann wahrscheinlich wieder runter aber bis dahin sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Part Tschö.